Hallo, ihr großartigen Löwe-Geborenen und Löwe-Ascendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Für eine persönliche Beratung könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangstorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Bei der Verlosung gibt es diesmal ein schönes Geschenk zu gewinnen. Ich verlose nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Ich habe hier den Steinbock. Bei euch wäre es natürlich passend ein Löwe-Kollier, wenn denn einer von euch Löwen gewinnen sollte. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Liebes Planet Venus, verwöhnt euch den ganzen Monat über mit einem sehr schönen Harmonie-Aspekt zur Löwesonne. Auch die Sonne selbst steht über weite Strecken super günstig für euch und fördert eure Vitalität und Lebensfreude. Auf den Weihnachtsfeiern werdet ihr viel Spaß haben. Passt nur ein bisschen auf mit dem Glühwein und übertreibt es nicht. Beim Flirten kann es passieren, dass eure Liebessignale falsch gedeutet werden. Löwen in fester Partnerschaft fühlen sich manchmal unsicher, woran sie sind und sollten mit ihrem Schatz reden und lachen, trotz aller Weihnachtshektik. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnis-Hintergrund, den langsam laufenden Planeten. Da hätten wir Jupiter hier in eurem vierten Sonnenhaus. Das ist eine sehr schöne Phase mit eurer Familie. Glückliche Löwe-Paare können auch Nachwuchs bekommen. Die Familie kommt zu Besuch, ihr feiert gern bei euch zu Hause. Passt ja jetzt super zu Weihnachten. Das ist übrigens auch eine gute Zeit, falls ihr euch ein Haus kaufen oder euer Heim renovieren wollt. Allerdings ist das ja auch ein Quadrat, also eine Spannung zur Löwesonne. Das kann bedeuten, dass ihr des Guten zu viel wollt und mit euren Vorhaben und Ideen vielleicht auch über eure Grenzen geht. Also, ihr könnt jetzt viel vollbringen, aber passt auf, dass ihr es nicht übertreibt. Alles über die psychologische und mythologische Bedeutung dieser Konstellation erfahrt ihr in meinem Video zum Jupiter im Skorpion. Finde den verborgenen Schatz. Und das Jupiter-Quadrat empfangen in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 3. bis 11. August. Ja, ganz wichtig für euch natürlich die Konjunktion mit dem Mondknoten, der hier bei euch im Löwen steht. Das bedeutet, ihr könnt als Seelenpartner gefunden werden. Oder ihr seid wichtige Türöffner für Menschen, denen ihr dann den Weg in eine bessere Zukunft zeigen könnt. Bitte schaut euch dazu unbedingt auch nochmal das Video Folge deinem Herzen an über den Mondknoten im Löwen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der Mondknoten steht jetzt in Konjunktion mit eurer Sonne, wenn ihr zwischen dem 8. und 12. August Geburtstag habt. Dann haben wir noch den Aspekt zu Uranus. Das ist ein Trigon-Aspekt, also ein Harmonie-Aspekt. Und der steht im Widder und im günstigen Aspekt eben zu eurer Sonne. Steht im 9. Haus der Pläne. Und diejenigen Löwen, die diesen Einfluss spüren, die haben Lust neue Pläne zu machen, nochmal was Neues auszuprobieren, vielleicht eine weite Reise zu unternehmen, irgendwas Spannendes zu tun. Und Uranus gilt ja auch so ein bisschen als der Unruhestifter. Und manche Löwen haben sich auch schon bei mir beschwert. Das Jahr wäre ja gar nicht so toll gewesen bisher. Das kann eben wirklich auch daran liegen, dass Löwen als fixes Zeichen Veränderungen nicht so schätzen. Und ihr solltet dann einfach darauf vertrauen, dass Veränderungen, selbst wenn sie euch gerade nicht in den Kram passen, doch wirklich zu eurer Entwicklung beitragen und zu eurem Besseren sind vom Kosmos her. Ja, wie auch immer, das Trigon zu Uranus in 9 empfangen in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 17. bis 20. August. Dann habt ihr noch bis zum 20. Dezember das Trigon von Saturn, also den Substanzaspekt hier in eurem 5. Haus. Also die allerletzten Löwen aus der 3. Dekade können jetzt noch was Kreatives manifestieren. Vielleicht nutzt ihr das zu Weihnachten und haben eben diese Möglichkeit mit Saturn noch etwas aufzubauen. Und ab dem 20. Dezember geht Saturn dann in den Steinbock und damit hier in euer 6. Sonnenhaus. Und das bedeutet, es stehen wichtige Entscheidungen an, die eure Arbeitsroutine und eure Gesundheit betreffen. Auch wenn es anstrengend ist mit diesem Aspekt, mit Fleißarbeit und Geduld könnt ihr in den kommenden 2,5 bis 3 Jahren viel erreichen. Vielleicht entscheidet ihr euch auch, die Zeit an eurem jetzigen Arbeitsplatz zu Ende zu bringen und etwas Neues zu suchen, wo die Abläufe besser zu euch passen. Jetzt beginnt auch eine Zeit, wo ihr gesundheitlich auf euch aufpassen müsst. Saturn kann Zipperlein mit sich bringen, wo man viel Geduld braucht und selber was dafür tun muss, um sie zu heilen. Das Gute mit Saturn ist, ob nun in eurem Arbeitsalltag oder auch für eure Gesundheit, was ihr jetzt für euch Gutes tut oder auch schlechte Gewohnheiten, die ihr jetzt aufgebt, das alles wird sich langfristig als günstig und aufbauend erweisen. Alles über diesen super wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special über den Saturn-Transit durch den Steinbock. Und es heißt, die Kunst zu manifestieren. Solltet ihr euch unbedingt ansehen. Und jetzt schauen wir uns an, was der Dezember aktuell so für euch bringt. Und der beginnt wirklich sehr schön mit angenehmen Liebeskonstellationen für euch. Die Venus ist soeben ins Zeichen Schütze gegangen in die erste Dekade. Die Sonne steht im Schützen in der zweiten Dekade. Merkur steht im Schützen in der dritten Dekade. Und alle Planeten stehen in einem schönen Harmonieaspekt zur Löwesonne in eurem fünften Sonnenhaus. Und das ist der Sektor für die Lebensfreude und Lebenslust. Und durchaus auch für heiße Affären. Gleichzeitig steht der Mars zu Anfang des Monats noch in der Waage, jetzt in der dritten Dekade. Und wird von dort aus auch einen harmonischen Aspekt auf die Löwesonne werfen. Und damit stehen die Liebesplaneten also beide erstmal günstig für euch. Aber es gibt einen Wermutstropfen. Die Sonne und die Venus haben während der ersten Monatshälfte hier einen Konflikt mit Romantikplaneten Neptun. Das bedeutet, dass es in der Liebe zu Unklarheiten und Heimlichkeiten kommen kann. Festliierte Löwen sollten in enger Tuchfühlung mit ihrem Schatz bleiben. Denn vielleicht träumt der jetzt von einer ganz anderen Geschichte. Vielleicht träumt ihr aber auch von etwas ganz anderem als dem, was ihr in eurer Beziehung bekommen könnt. Das macht anfällig für Flirts, die eventuell bestehende Beziehungen gefährden könnten. Wenn ihr Solo seid und auf der Suche nach einem Partner, kann es euch passieren, dass eure Liebessignale falsch gedeutet werden. Oder dass ihr auf jemanden trefft, der noch Geheimnisse hat oder einfach noch gebunden ist und euch das nicht sagt. Deshalb seid bis zur Monatsmitte etwas vorsichtig mit Liebeleien, die jetzt scheinbar so easy und locker in euer Leben kommen. Sie können sich noch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Am Sonntag, den 3. Dezember, ist Vollmond und der verspricht einmal mehr Spaß und Romantik, aber auch eine gewisse Verunsicherung, wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid. Ihr solltet eurem Schatz wirklich keinen Anlass zur Eifersucht geben, sonst habt ihr garantiert zu Vollmond eine schlaflose Nacht. Dazu kommt, dass am 3. Dezember auch der Merkur rückläufig wird und in den Tagen vorher und nachher sind wir besonders intuitiv und hellhörig. Auch das kann Eifersuchtsprobleme mit sich bringen. Und das Blöde ist, selbst wenn ihr ganz lieb und treu seid, können andere trotzdem meinen, ihr hättet mit ihnen geflirtet und das wiederum macht euren Partner nervös. Also achtet ganz genau auf die Signale, die ihr aussendet. Am 9. Dezember geht der Mars ins Zeichenskorpion und damit in einen konflikthaften Aspekt zur Löwesonne. Das ist ein weiterer Grund, weshalb ihr Eifersuchtsgelegenheiten vermeiden solltet, denn sonst ist der Streit programmiert. Wenn der Mars im Quadrat zur eigenen Sonne steht, dann ist man einfach leichter gereizt und fühlt sich schnell angegriffen. Das betrifft zunächst die erste Dekade eures Zeichens. Ab dem 10. Dezember beginnt dann die Venus aus dem Schützen heraus, eine günstige Phase für die zweite Dekade des Löwezeichens. Und ab dem 12. Dezember geht dann die Sonne in einen günstigen Aspekt für die dritte Dekade des Löwezeichens. Das bedeutet, die Löwen der ersten Dekade sind vielleicht etwas grantiger, weil sie es mit Mars zu tun haben, während diejenigen aus der zweiten und dritten Dekade ihren Charme spielen lassen und ganz bezaubernd wirken. Der 12. Dezember, ein Dienstag, ist übrigens auch ein Top-Tag für euch. Da haben wir eine sehr schöne Konstellation mit dem Mond hier im Beziehungszeichen Waage und der verbindet Venus hier im Schützen und Mondknoten miteinander. Da seht ihr hier schon dieses schöne Dreieck. Und das ist eine tolle Zeit, um unter Leute zu gehen, Weihnachtsfeiern zu besuchen und vielleicht auch, um jemand tolles Neues kennenzulernen. Immerhin habt ihr ja den Mondknoten bei euch im Zeichen. Sollte es in der ersten Monatshälfte wirklich zu irgendwelchen Beziehungsproblemen bei euch gekommen sein, dann wartet ab bis zur Neumondphase am 17. und 18. Dezember, wobei die Konstellation exakt ist, am 18. morgens um 7.30 Uhr. Das ist ein ganz besonderer Neumond. Er findet statt in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum. Das heißt, wir können eine Verbindung zur kosmischen Weisheit bekommen, wenn wir in dieser Neumondphase meditieren und um Hilfe bei unseren Problemen bitten oder einfach um Klarheit oder um eine gute Eingebung, was zu tun ist. Wenn wir dann auf unsere innere Stimme hören, werden wir Antworten bekommen. Diese Phase könnt ihr nutzen, falls ihr den Überblick verloren habt und in eine delikate Liebessituation hineingeraten seid. Der Sonntag, der 17. ist sogar ein Top-Tag für euch, weil sich der Mond dann hier aus dem Schützen heraus auch nochmal mit dem Mondknoten verbindet, der ja bei euch im Löwen steht. Das heißt, die Zeit rund um den Neumond kann für Single-Löwen eine tolle Begegnung mit sich bringen, die Potenzial für eine lange Beziehung hat. Und ab dem 18. Dezember genießen dann die Geborenen der dritten Dekade die angenehme Energie der Venus auf ihrer Sonne. Die Neumondphase vom 17. und 18. Dezember ist sozusagen die Vorbereitung für unser kosmisches Großereignis, nämlich den Eintritt von Saturn ins Zeichen Steinbock am 20. Dezember. Saturn bleibt dort bis zum 17. Dezember 2020, wobei er zwischen April und Juni schon mal an der Grenze zum Wassermann vorbeischaut. Gleich danach, nämlich am 21. Dezember, also jetzt diesen Jahres, um 17.57 Uhr ist Wintersonnenwende und die Sonne geht ins Zeichen Steinbock. Und diese drei Konstellationen, der Neumond, der Saturnübergang und die Wintersonnenwende, verschmelzen sozusagen und zeigen an, dass hier ein wichtiger Wendepunkt erreicht wird, sowohl für unser Privatleben als auch für die Gesellschaft und die Welt. Alles über den super wichtigen Saturn-Transit und seine Bedeutung für alle zwölf Sternzeichen erfahrt ihr in meinem Video-Special Die Kunst zu manifestieren. Ja, dann habe ich nochmal einen Top-Tag für euch gefunden am 22. Dezember. Da aktiviert der Mond euer Partnerhaus und dann auch nochmal den Mondknoten. Wenn ihr dann eingeladen seid, zum Beispiel zu einem Geburtstag, dann geht ruhig hin, auch wenn es knapp vor Weihnachten ist. Ihr werdet Spaß haben. Am 23. Dezember wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und nun beginnt eine Zeit, wo wir alle wieder klarer sehen und allmählich in der Lage sind, notwendige Entscheidungen zu treffen. Die Konstellationen zu Weihnachten sind recht friedlich und spirituell und bieten euch gute Chancen zu einer Versöhnung mit eurem Herz aller Liebsten, falls es zu Unstimmigkeiten gekommen sein sollte. Jupiter im Haus der Familie zeigt an, dass ihr Weihnachten im Kreise eurer Familie genießen könnt. Allerdings müsst ihr aufpassen mit dem Mars dabei, wenn ihr spürt, dass ihr gereizt seid und am liebsten herumpoltern und allen sagen würdet, wo es lang geht. Das geht natürlich nicht und das könnte einen Familienkonflikt nach sich ziehen. Das könnt ihr am besten umgehen, wenn ihr gemeinsam mit euren Lieben für kernige Unternehmungen sorgt, bei denen ihr euch alle auch bewegt und aktiv seid, um die Marsenergie in konstruktive Bahnen zu lenken. Am 25. Dezember verlässt dann die Venus das Zeichen Schütze und geht in den Steinbock in eine Konjunktion mit Saturn und später auch noch mit Lilith. Alles bei euch im sechsten Haus. Das könnte einen Flirt, aber auch einen Konflikt mit einer Konkurrentin am Arbeitsplatz anzeigen. Aber zum Glück haben die meisten von euch ja sicher dann Urlaubszeit. Und wenn nicht, dann versucht im Job eine ruhige Kugel zu schieben, Problemen aus dem Weg zu gehen und schon mal über die Entscheidungen nachzudenken, die in Zukunft anstehen. Ab dem 26. Dezember müssen dann alle Geborenen der zweiten Dekade aufpassen, dass sie sich nicht von dem Spannungsaspekt hier von Mars zu Streitigkeiten verleiten lassen. Andererseits geht der Mars dann bald in einen schönen Aspekt hier zu Neptun und das besänftigt ihn dann wieder. Für Löwen in fester Partnerschaft könnte das heißen, dass sie schöne gemeinsame Aktivitäten mit der Familie unternehmen können. Zu Silvester habt ihr dann nochmal einen Top-Tag, wo ihr mit euren Freunden feiern solltet und beim Bleigießen oder bei anderen Zukunftsspielen erstaunliche Erkenntnisse haben könnt. Fest liierte Löwen können auch gemeinsam mit dem Partner ein ganz ruhiges und spirituelles Silvester mit Gleichgesinnten feiern. Das würde auch unter guten Sternen stehen. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.